erinnern wir jetzt ganz nett sieht ein grünes kreuz fälscher weg hier sollte irgendwo ein grünes kreuz sein und ein schlamm oder was ich bin großartig da unten Ja, was soll das? Der Kommentar von den Freundchen gerade So hier links Ich hoffe, ich finde noch irgendeine Leidung Okay, jetzt sind wir hier im Arbeitsraum Bisschen noch hier und hier rüberkommen Ich könnte vielleicht hier irgendwo bedienen Wollte denn hier aufgeben Okay, jetzt können Sie offensichtlich nicht öffnen Ich fahre ein Versuch wert Das müssen wir morgen wieder mitnehmen Wie können wir jetzt rein? Hier wieder runter oder nicht? Oh Oh Ne, das... Hier bin ich falsch. Ich irre durch die Gegens. Okay, damit wären wir wieder im Kanal. Will ich mal versuchen hier runter zu gehen. Ich brauche die zweiten. Ganz schön vernetzt hier unten. Hä, ist nur wieder hier. Ist ja fantastisch. Kann man nicht der Fälle her? Ist nicht im Kreis gelaufen oder nicht? Ich habe mich verirrt. Ich komme hier nicht mehr raus. Wo sind wir denn jetzt hier? Ja. Ja, ob. Nach unten, da geht es dann dort lang. Ich schicke hier einiges nicht. Schön für hier im Kreis unten. Das ist Heilung und da will ich nicht hin. Kommt doch bestimmt gleich wieder so ein Monster raus. Wie groß die Chance, dass wir da hin umfinden. Jo, das war gut. Das ist halt noch nötig. Ich bin jetzt schnell wieder zurück. Lange wir noch am Leben sind. Ach, scheiße. Jetzt kriegen wir wieder Schaden. Finde ich geil. Geil, frisch geheilt. Das ist mega. Ja. Sind wir hier. Muss ich mal sagen, hier entlang. Ja. 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 Da ist das Rätsel, wenn ich noch nicht wäre. Wir haben hier mal die Notwahrungsrenne, oder? Da haben wir es das Rätsel, ja? Ja! Nice. Mal sprechen, würde ich gerne. Das war ja eine Odyssee. Jetzt müssen wir nur nicht das Rätsel öffnen. Das war ja eine Odyssee. So, der Turm ist in derselben Wand wie der Springer hier. Ich würde mal sagen, hier den König. Nice. Okay, bin fast da, Aida. Ich habe Pistolen-Munition natürlich nicht. Ich gehe mal sicherheitshalber. Das wird doch jetzt bestimmt ganz schlimm. Jetzt brauche ich nur noch grüne Kräuter hier. Ah, Dankeschön. Bin frech. Verdammt, ich muss erst den Strom einschalten. Das kann hier weitergehen, wenn der Strom alles ist. Wie war das? Ach, wieder so ein Rätsel. Ja, ich weiß doch nicht. Müssen wir sowas probieren. Ja, oder so. Läuft. Ich wollte gerade sagen, das wird jetzt ganz schriftlich. Ich fange den kleinen Raum hier. Du Feig. Achso, das werden wir zwei Tiers. Nichts. Naja. Na hallo. Ist auch ein schieter Raum hier. Für um das Kampf. Wenn ich mal hier raus. Heidung habe ich nötig. Er ist noch am Leben. Ich würde es gerne auf einem etwas größeren Torrent bestreiten. Au. Auge. Verdammt. Ich habe doch einen Flammenwerfer. Wozu nehme ich denn den? Ich gehe nicht mal. Ich sehe nichts. Ich glaube der geht noch. Kranstörung. 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 Ich habe keine Ahnung wie ich jetzt hier aus der Sache auskomme. Kranstörung. Kranstörung. Jetzt habe ich dich. das war der falsche verstehe da sollte er stehen ich verstehe das spiel mach doch ich bleib genau dort stehen jetzt habe ich dich ein Messer jetzt könnten wir ihm mit guten Augen schießen oder so ich glaube nicht dass du besiegelst ich hoffe den bin ich los wirklich stark da geht der strom wieder jetzt nicht Mr. X nochmal wieder kommt ich kann so nicht laufen ok wird wehtun warte lass doch ich mach selbst entspann dich ok also wie geht's weiter sieh zu dass du es hier raus schaffst solange du noch kannst ich werd dich nicht hier lassen nicht so du verstehst das nicht die Situation ist übel als ich dachte so einfach wirst du mich nicht los du hast mich beschützt jetzt bin ich dran wirst du nicht wirst du nicht dass wir hier Punkte zählen wirst mich nicht wundern wenn wenn der Tyron wenn der Mr. X der Endboss wird ganz schön mutig Frischling ok will er mir helfen vorsichtig du willst helfen wir müssen dringend zum Nest Nest Umbrellas Labor direkt unter uns ein Nest hat sich verplappert dort sind die Virusproben bist du dabei? nein denke mein Kalender ist frei komm wir haben was zu tun ja ma'am zum Nabrot geben jetzt sind wir unterwegs in normaler Schreibmaschine Einwand ist unsere Fahrkarte nett? woher hast du das? ausgeliehen wie auch immer hat diese Fasta dann gehe ich hier zum Beispiel gut auf geht's ich hoffe das wird jetzt nicht mehr wie sieht die Munition aus? die Munition sieht es blöd aus ich habe quasi keine Munition mehr aus den Flammenwerfern da haben wir eigentlich auch keine das wird auch sehr bald vorbei sein das ist aber auch schön wir können hier nämlich zum Kunden das ist aber auch schön wir kommen vielleicht nicht zurück bereite dich also vor ja ja Munition gibt es ja nicht das war der Hinweis dass wir uns Munition holen sollen aber ja diese Bahn fährt zum Nest steigen sie nicht aus bevor wir unser Ziel erreichen die Munition wird das schlecht wisst du was ich denke ja ich brenne drauf dass das FBI die Umbrella-Zentrale stürmt und die Mistkerle verhaftet ich auch aber im Klartext offiziell hast du nichts damit zu tun das ist ein FBI-Fall sobald wir das G-Virus haben mache ich allein weiter hey Leon traust du mir? und du mir? ganz ehrlich wenn nicht wärst du wohl schon tot klar ich dachte du könntest mir helfen und ich hatte recht sichere du das G-Virus dann sorge ich dafür dass sowas wie ein Raccoon City nie wieder passiert Ada du sagst es selbst es ist ein FBI-Fall ich habe keine Autorität Leon schau mich an auf mich ist kein Verlass du bist meine letzte Hoffnung den Fall abzuschließen ich lass dich nicht einfach hier wenn du angegriffen wirst Hilfe brauchst oh ich schaff das sorg dich nicht um mich ich muss das zu Ende bringen und ich will dich wiedersehen ich hänge am Leben vertrau mir um Leon ja nicht so im Ring zu machen um Leon ja nicht so im Ring zu machen geh bitte wir haben kaum noch Zeit das wirst du brauchen mhm ok Leon verlasse mich auf dich ich weiß ich bin die Armband zum Glück nur ein Slot mit kommen sie aus der Konzertazone ich brauche eine Dusche Ja, und blind. Hier ist nichts. Das hilft uns auch nicht weiter. Könnten wir Sachen ablegen. So ein splästigen Tier. Gucken wir das. Hier haben wir die Notplätze. Oder so. Wenn sich ein Gegner kommt. Hier haben wir jetzt nur die Flamme hervor. Ich brauche dringend noch nicht zu. Die Türen sind anders. Ah, will ich vom Labor. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Und von der Cooperation. Und wo ist die Zungen hier? Ach du Scheiße. Ich frage mich, wo das G-Virus ist. Schlaf-Rund-Protokoll. Hm, hm. Hier haben wir Sprechung. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Secure-Vizierung. Ich muss da rumfuhren. Eben. Aha, Karte des Labours. Okay, das wo wir gerade reingekommen sind. Jetzt zum Schlaf-Rund. Ach, du Schande. Okay. Das war klar. Wir haben keinen Zutritt. Gut, dann müssen wir wohl. Dann müssen wir. Mir war ja schon klar, dass es da weiter geht. Okay. Wir müssen Munition sparen. Nein. So, wir gehen nachladen. Bleib liegen. Benzin. Ah, das ist nachladen für Feuer. Flammenwerfer. Flammenwerfer. Ich schaffe das. Ist irgendwo noch. Heilung. Munition. Irgendwas in der Art. Bevor ich hier weiter ranne. Und die Kanate. Auch sehr frech. Kommen wir da irgendwie hin? Bestimmt. Bestimmt. hinter mir dies prüfen noch ein zweites stück nur ein messer auch mal nicht okay dann ach du scheiße okay da kommen wir nicht lang auch in den schlafraum mit der mit der munition über haben ich mache das nach was geht rikulierer klammwerfer ok ok immerhin und dann kommen wir wieder raus in die richtung ich habe keine heilung dabei bleibt mal liegen die chip für nehmen ok Und dann damit hier lang durch die verschlossene Tür. Aber wie, wenn die Tür zu ist. Die können wir darum nicht benutzen. Hm. Ah. Ich verstehe. Bleib ihnen. Okay, jetzt kommen wir zum Fang zurück. Den können wir mit dem Schlüssel und dem Stummdoktor durch. Ich weiß nicht, ob ich das will. Ich nehme ein bisschen Heilung. Ah, wir werden also erwartet. Hier nochmal gespeichert. Und du bist hier. Sind wir vorbereitet? Natürlich nicht. Es wäre gut. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Wir sind bereit.